Ah, nice. Und, ähm, jetzt V-Talks. Wenn du dieses Video siehst, ich will dir nur eins sagen. Jetzt, ich meine jetzt nicht euch, ich meine V-Talks. Ich weiß ganz genau, dass diese ganzen Dislike in meinen ganzen Videos von ihm kommen. Ich weiß das ganz genau. Da braucht ihr jetzt nichts zu tun, wenn ihr jetzt in den Kommentaren schreiben würdet. Und, ähm, die kommen nicht von mir. Die kommen ganz sicher von ihm, weil davor, wo wir noch nicht, sagen wir mal, diesen Beef hatten. Hallo meine Leute, Babo-Kanal wieder am Start und heute spielen wir Skyward. Und, ja, hm, ja, naja, ist einfach. Ja, ne, naja, egal. Ähm, ja, da spielen wir heute mal Skyward. Ich hab ja zu euch gesagt, dass ich mir diese Map auch downloaden werde. Hab ich gemacht, äh, voll in Red, genau. Äh, die Map gefällt mir auch sehr gut. Also, ja, wie gesagt, die Dinger Server hier. Ja, aber was ich auch herausgefunden hab, dass es hier alles kommentiert ist, aber ist mir egal, ne. Hauptsache, es ist gar nicht gut. Ähm, und, ja, äh, was ich ansprechen wollte, ist das. Also, viele Leute wollen halt meine Aufnahme dabei sein. Ich mach immer so einen Chatraum, da könnt ihr halt beiträgen, ne. Ist ihnen auch aufgefallen, die halt mit mir jetzt öfters aufnehmen, äh, meine Aufnahme dabei sind. Oder diesen Chatraum, ähm, kriegen. Also, diese Einung. Ähm, wenn ihr zu spät kommt, oder, ich weiß nicht, was los ist, also, wenn ihr halt zu spät kommt, oder irgendwas halt ist, wenn ihr nicht rein könnt, oder es liegt eine neue Verbindung, oder wenn das einfach voll ist, da kann ich nichts dafür, wenn ihr zu spät gekommen seid, da kann ich echt nichts dafür, nichts, man müsst ihr früh aufstehen, oder weiß was ich, ähm, ja, wie gesagt, es nennt sich das. Ja, okay, ähm, das wollte ich halt ansprechen, nicht traurig sein, weil ich denke, ja, Babo Knoll ist ein Arschloch, der kann das nicht, der ist dumm, ja, nice. Und, ähm, jetzt Vetox, wenn du dieses Video siehst, ich will dir nur eins sagen, jetzt, ich mein jetzt nicht euch, ich mein Vetox. Ich weiß ganz genau, dass diese ganzen Dislike in meinen ganzen Videos von ihm kommen. Ich weiß das ganz genau. Da braucht ihr jetzt nichts zu tun, wenn ihr jetzt in den Kommentaren schreiben würdet, ähm, die kommen nicht von mir. Die kommen ganz sicher von ihm, weil, davor, wo wir noch nicht, sagen wir mal, diesen Bief hatten, da war er, ähm, hatte ich noch diese Dislikes null. Ich hatte fast nur ein Dislike pro Video. Also, überleg mir ein bisschen, check dir die Logik. Ähm, deswegen Vetox, wenn du dieses Video siehst, ich hab, du kannst meine Videos Dislike, aber, du weißt ganz genau, du gibst mir mehr Klicks damit, und dann, ähm, es ist auch besser für mich, hab ich mehr Klicks, und, ja, du gibst mir nur so, so richtige Startformatik, kann man sagen. Ähm, ich will's dir auch nur sagen, ähm, dass ich mir sogar weiterhilfe. Ich weiß ganz genau, dass die ganzen Dislikes von ihm sind. Äh, also, da brauchst du auch nicht mehr so, so, zu tun. Da gehst du auf deinen ganzen Akkord, das sind 7 Akkord, ich weiß das ganz genau, weil ich, da, beim letzten Video, nein, ich team nicht. Was ist jetzt? Ja! Hier gehtís! Ich nehm, ich fall, ich fall, ich fall, ich fall, ich fall! N salts tamte des Reden! Nein? Ja, nein, wir gehen mit dem Kuchen. Ja, okay, Leute. Äh. Okay. Äh, ich will mal ein bisschen gucken, ne? Ob hier noch jemand lebt. Ähm. Nee, ich glaub nicht. Es lebt niemand, ja? Ähm, ja, Leute, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Gibt es überhaupt eine zweite Runde? Ja, es gibt eine zweite Runde. Ähm. Und ja, dann ist gleich diese Runde haben wir hier gewonnen. Ähm, bis gleich, Leute. Oh, Leute, die zweite Runde also, die zweite Runde fängt noch nicht an, weil wir hier noch im Gegenteil haben, weil wir hier noch im Gegenteil haben. Oh, ich hab halt sowas gefunden. Ich hab jetzt da, wenn wir etwas zerficken, zum Beispiel nicht was. Ja, okay, mach dich nicht rein. Wo ist da noch jemand? Nein. Okay. Zack. Alter, er ist gut im BVP, aber ich find mein bestes Leben. Ja, okay, da haben wir. Ja, okay. Aber das waren jetzt alle, oder? Ja, das waren jetzt wirklich alle. Ich weiß nicht, warum, aber bei diesen Skywars hier von Redkiller, ich weiß nicht, warum, aber da krieg ich immer so ein Glück und erwisch eine Ender-Perle und bin dann in der Mitte, bin voll Tier, Tier-Shred, Regenerationstrand und alles. Und da wreck ich die alle, die sie und gewinnen. Also, ja, also nicht alle, ich hab ja nur zwei. Hoffentlich kriegen wir in der nächsten Runde mehr, aber ich glaub. Ja, also hier sind wir auch schon in der zweiten Runde, die gleiche Map. Bitte haben wir eine Ender-Perle? Nein, nein, haben wir nicht. Also, ich glaub, jetzt hab ich hier keine Ender-Perle bekommen. Oh, ja, alle, ey, ne? Ja, ich hoffe echt, dass, ähm, Redkiller das Video sieht und, ja, dass er mal was dazu sagt oder sich, eher gesagt, äußert. Weil, das find ich echt so richtig wie ein Pussy-Hoch von dir. Also, da müsst ihr jetzt echt zu mir halten. Meine Community, ihr seid meine Community. Ja, ihr habt ja vorhin gesehen, was ich gesagt hab. Und wenn man sich das Video bis hier angeguckt hat, hoffentlich, äh, ja. Und ich hatte so einen richtig positiven Kommentar in meinem Video. Ähm, hat jemand gesagt, ähm, irgendwie, du Schlampe, nehm mich, irgendwie. Er hat irgendwas mit nehm mich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was er damit genau meinte. Ich hab immer so ne Beleidigungsgesprächwort oder sowas weiß ich. Ähm, da hat er geschrieben, nimm mich ficken. Und er denk mir ja nur so, ah, das ist klar. Ja, das ist, das ist ein unnötiger, unnötiger Kommentar. Da, da werde ich nicht antworten, hab ich aber. Ähm, was ich eigentlich uns nicht tue, bei solchen Kommentaren, hab ich mal ausnahmsweise, ähm, was dazu gesagt. Und ich kicke, nein, ich kicke jetzt gar keinen. Weil, Leute, wie gesagt, ihr müsst es mal akzeptieren, wenn andere Leute mit mir spielen und ihr nicht rein könnt und ihr voll sind. Ja, das müsst ihr akzeptieren, weil die stürmen alle schnell rein. Und wenn, wenn, zum Beispiel dieser Salva jetzt, er hat's jetzt nicht geschafft. Er in der ersten Runde war er dabei, er war in der zweiten nicht. Da kann ich nichts dafür, wenn er zu langsam reinkommt. Also das müsst ihr echt akzeptieren. Da kann ich echt nichts dafür, ich kann das, ich, das ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel andere kicke, dann sind die auch traurig, die wollen ja mitspielen, sehe ich jetzt. Und jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es eure Meinung dazu gibt. Ich hab mich jetzt geäußert, habt ihr euch gesagt. Ähm, könnt ihr ja auch eure Meinung in die Kommentaren schreiben. Wenn ihr die Meinung findet, so ist meine Meinung, äh, und ja, das müsst ihr dann halt auch akzeptieren. So, äh, ich denk, dass wir wollen jetzt auch nicht sehen wollen. Und jetzt, wenn ihr schon hört, ich hab mir überlegt, dass wir uns hier schwimmen wollen. Und dann, Leute, ja, Blockwurf, was, Blockwurf, Blockabwurf, ist auf, jetzt ist es an. Sorry, Leute, ich hab's vorhin vergessen, anzugreifen. Alle, die jetzt hier mitspielen, die hören mich ja per Z angenossen. Also, Hälschwert, Leuchttürmer. So, okay, jetzt greifen wir, Leute. Sonst ist ja die Aufnahme langweilig, wirklich, ne? Peter chosen iідididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid ich habe gesnackt, gesnackt, ihr habt ja in der letzten Aufnahme gehört, wie ich gesnackt gesagt habe, das ist echt ein dummes Wort, was ich da so gesagt habe, ich weiß jetzt es ist nicht zu euch, aber ich habe das nicht zu euch Kämpflos. computer kommt kommt es war das andere ok 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 beruhigt dich alter kommt runter komm runter nein okay fünf sekunden danach nein schon ja auch mal bei dir bockern ja ich mag mir kein glück werden kann ja ja überall hier Pardex YouTube Box Ja, nice und wo ist Babo Kanal? Redkiller? Vergessen? Nein, Spaß. Also Wenn ich doch einmal schläge, ne? Kommt, Kiki, Kiki Ja, Gigi Auf jeden Fall, Leute Das war's von dieser Aufnahme Lasst doch mal eine positive Bewertung da Wenn euch diese Aufnahme hier gefallen hat Dann bis zum nächsten Mal, Leute Und tschau